Musik Ich bin Barbara Hochmann, bin im zweiten Lehrjahr und lerne Automobilmechatroniker auf Schwere Nutzfahrzeug. Ich lerne Mechatroniker, weil ich seit 8 Jahren an Fahrzeuge interessiert bin und sich herausgestellt habe, dass ich gerne auf Lastwagen schaffe. Ich finde es, dass die Lastwagen grosse Kräfte auf sich nehmen, ohne dass sie da nicht zerbrechen. Musik Die Herausforderung für mich ist, dass ich jeden Tag das Alter und die Zeitkräfte fertig bringe und dass ich jeden Tag auch etwas Neues lernen kann. Musik Unsere Lernenden sind die zukünftigen Fachleute. Es macht Freude, sie auszubilden und haltet einen selber jung. Musik 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 Bei Tom und Lehrern ist wunderbar, weil wir sind wie eine grosse Familie und man hilft sich gegenseitig und man tut jeden Streit beheben. Musik Nach der Lehre wollte ich erstmal Weiterbildung machen als Diagnostikerin oder Ingenieur und dann spät auf Australien gehen, Mechaniker oder Schuffer von den grossen Kennwärtslastwagen zu machen. Musik 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 Meine Mechanikerausbildung, die ich vor über 20 Jahren habe dürfen, hilft mir immer wieder heute, gute Entscheidungen zu fällen, sei es in der Luft oder am Boden, vor allem bei uns in der rasanten Entwicklung in der Fliegerin. Dann ist es ein Anliegen, dass ich den Jungen, mein grosses Wissen, das ich mir in den letzten Jahren aneignen konnte, weitergeben kann, dass die auch davon profitieren können und etwas lernen können. Musik 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 Komm auch du in die Tomann-Familie und lerne Berufe mit Zukunft. Musik 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 Musik